Ich heiße Vanisa Rashid, bin gebürtige Kurdin und Münchnerin, Zugreiske, wie es so schön heißt. Und bei dieser Bundestagswahl bin ich eure Direktkandidatin im Münchner Osten. Hier sind wir jetzt hinter den Riemarkaden am Platz der Menschenrechte. Was für ein toller Name. Ich liebe diesen Platz, bei dem die Bürgerinnen damals mitbestimmen durften, wie er einmal gestaltet wird. Der Platz passt wunderbar hierher, denn hier leben Menschen aus über 180 Nationen. Und uns alle eint der Gedanke, dass Menschenrechte für uns alle gelten.